hallo youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge bigfarmer 2 ja ich war nur kurz im büro mit meinem arbeiter also der arbeiter wo jetzt da war der hätte jetzt von mir einen unbefürchteten arbeitsvertrag kriegt er hat sich echt gut angestellt also der typ der hat was auf dem kasten also dem traue ich auch zu dass er mein betrieb wenn ich da bin komplett selber bewirtschaftet und ja bewirtschaftet ich habe euch ja letztes mal schon gesagt dass zwei kollegen bei mir in oberbayern wohnen der eine hat jetzt die zwei betriebe lemmersdorf und willersdorf angeschaut er war von beiden begeistert aber der hof willersdorf der gefällt ihm besser da gibt es mehr fahrsilos einfach mehr platz am ganzen hof von der tier tier menge her sind es glaubt gleich bei die höfe glaubt 200 küser irgendwas bin mir aber jetzt nicht sicher aber der willersdorf gefällt ihm besser schon von der aufteilung her und so mit der wiese da müsste man dann da muss er dann noch mit dem mit dem verkäufer absprechen will ich vielleicht ihm gehört und das ganze im lemmersdorf genauso aber ich glaube er tendiert er auf willersdorf wenn man erwartet beide hände noch mehrere beide höfe hände noch mehrere interessente und ja war mal war das wäre echt das wäre echt genial wenn das klappen wird dass der nach willersdorf kommt will er macht aufzucht und da könnte ich bei ihm die tiere kaufen wir würden uns dann gegenseitig untereinander der zweite kollege der war das habe ich gesagt auch in oberbayern der hat mir angerufen seinen hof steckert vor der insolvenz wenn er meine hilfe braucht ob ich ihm helfen kann beim wiederaufbau jetzt hat er mir vorhin angerufen er muss insolvenz anmelden ob ich ihn unterstützen kann habe ich gesagt ja klar kann ich das machen ich werde jetzt mich nach oberbayern aufmachen und das habe ich dabei mir wird auch mal über den betrieb drüber fliegen damit man von oben anschauen können ich habe mit dem arbeiter jetzt ausgemacht er soll da in die felder weiter vorbereiten und dann wenn soweit ist auch schon mit der aussage beginnen ein gutes oberbayern das ist für mich 45 minuten 40 45 minuten ist eigentlich katzensprung aber ich möchte mein kollege einfach in dem stich lassen hat mir jetzt auch schon sehr viel geholfen und ja wir müssen uns gegenseitig und einander unterstützen gerade schauen muss ich dann da hinfahren wo geht es nach oberbayern wir sind wo sind wir genau wir sind ja genau da müssen wir rüber sind wir richtig darüber genau wir müssen uns gegenseitig untereinander unterstützen und jetzt schaue ich mir einfach mal den betrieb an ich weiß selber etwas mich erwartet hat er sich übernommen mit großer maschine sind es kleine maschine keine ahnung ich lasse mich einfach überraschen was da auf mich zukommt ja wir sind in den oberbayern ankommen ich habe mit meinem kollege mit meinem arbeiter ausgemacht wenn es irgendwie probleme gibt oder irgendwelche neuigkeit oder sonst irgendwas soll mich einfach informieren hat er gesagt ja klar ist kein problem also was ihnen unter griesbach passiert da wäre ich immer auf dem laufenden kalte gut die sind jetzt bin jetzt gerade mal 40 minuten unterwegs und wir müssen jetzt gerade mal schauen ich muss irgendwo mal an den rand ran fahren wie wir eigentlich fahren müssen zu dem betrieb ähm wir sind auch gleich wieder in untergriesbach wenn irgendwas ist also von dem her ist das kein problem ok wir müssen jetzt da rüber und das ist unser hof genau da bin ich mal da bin ich echt gespannt was mich da erwartet hat er sich übernommen hat er sich übernommen mit zu großen maschinen oder keine ahnung hat er 200 kühe und hat sich da mit übernommen oder ich kann es euch echt nicht sagen ich bin echt mal gespannt und ja ich habe meine hilfe angeboten und ich werde jetzt auch helfen in solche sachen lasse ich meinen kollegen nicht im stich das wir kennen uns schon seit längerem und da muss man uns einfach einander unterstützen hat er gesagt du wenn du interesse hast ich verkaufe dir meinen betrieb ja hat jetzt insolvenz angemeldet muss man schauen was der betrieb nachher kostet aber da möchte ich euch auch gern mit einbinden soll ich mir den betrieb später kaufen ja oder nein wir schauen uns den vorpark jetzt mal an und dann könnt ihr sagen ja doch das machen wir übernimmt den betrieb bauen wieder auf wenn du den aufbauen kannst wenn das klappt oder sage dir ne konzentriere dich auf untergriesbach und lass das in oberbayern das hat kein wert ok wir sind jetzt da angekommen ich bin echt spannend was mich da erwartet ich packe mal da an der seite ok ok das ist der milchbehälter schauen wir mal gut oh zwei Fahrsilos äh zwei Silos zum ähm Futter oder halt Getreide drin lagern ok au Schneidback ähm Maislege Maislege Gerät oder halt Maislegemaschinen hat er schon was bisschen investiert oder Einzelkornseitechnik hat er schon was investiert ok sieht mal ziemlich neu aus oh das sieht nach Fortschritt aus au ja der hat einen Fortschrittmetrischer E516 eieieiei ja gleich mal einsteigen da muss ich euch mal was zeigen ähm ich fahr den mal raus also da muss ich wieder sagen das ist ein Mod der wirklich mit Herzblut entwickelbar ist schaut euch mal den Motor an da drehen sich alle Räder mit äh wo sich wo sich irgendwie bewegt das auf der Seite sind das drei Räder und da sind das auch mehrere Räder die sich mit bewegt da sieht man jetzt nichts aber auf der Seite wenn der Mätrischer läuft äh das Trischwerk eingeschaltet ist äh drehen sich auch die äh 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 unter dem unter dem E516 mit also das ist für mich ein Mod der wirklich mit Herzblut hergeschüttbar ist und da geht von mir wieder ein riesengroßes Dankeschön raus an den Motor der den Mätrischer entwickelt hat also wirklich Hammer und ich kann euch nur empfehlen spielt öfters mal mit älteren Maschinen ähm da ist neute wie bei neuen Maschinen alles abgedeckt und da seht ihr auch bei äh äh Maschinen die mit Herzblut entwickelt worden sind dass ich da wirklich jedes Teil mit äh äh mitträht oder sonst irgendwas also boah der Mätrischer der hat mich so begeistert und also Wahnsinn ok ok dann schauen wir mal weiter an Ursus äh 16 34 wir schauen da nachher mal noch in den Fahrmanager rein äh äh den Fuhrpark das ist äh ein Fortschritt ne Belarus müsste es sein Belarus MTZ sind 25 ok äh äh kleine Kronehänger da haben wir Spritze Maverick ok boah Leute da erwartet uns was ei 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 ah dahinter schon ein bisschen Saatgut Sämaschine au uuuh ok das ist ja boah das ist ja gegen Unterkriegsbach ist das ja schon haha ist das vorsintflutlich ein kleiner Gruber ok Dammstrahlgeräte aber ok das passt ja haben wir da noch drin haha ein Ladewagen ja wie geil ist das denn ein kleiner Ladewagen solche sind bei uns noch vor 20 Jahren im Dorf gefahren ja wie geil ist das denn ein kleiner Heiwender boah Leute da eieieiei schreibt es mal in die Kommentare soll man das wirklich das Projekt wirklich äh soll man den Hof wirklich aufbauen oder sagen ja ne vergiss es ähm konzentrier dich auf Unterkriegsbach da haben wir einen kleinen Hänger ok Brandner ähm Silage oh Silageprofi ok ach geil ok schauen wir gerade mal haben wir auch Kühe also da rennen schon mal welche rum ok da kann man schauen ah das können wir auch da schauen äh 10 Kühe haben wir ok ja die sind auch alle gefüttert äh Gläsilage das hat er gesagt das müssen wir noch am Shop holen da steht ein Hänger schon bereit ähm da können wir das gleich aufladen äh ja das müssen wir mal schauen ähm ähm ja er hat gesagt er überlässt mir das selber er hat äh im Schluss vergangen er hat keinen Bock mehr ähm ähm wenn ich Interesse habe soll ich ihm den soll ich den Betrieb wieder aufbauen er möchte er würde ihn mir gern verkaufen das Insolvenzverfahren äh Verfahren läuft jetzt ja dann schauen wir mal ähm ähm was dabei rauskommt aber schreibt es in die Kommentare ich hätte echt Bock zum dem Betrieb aufbauen ja kleine Maschine so ein bisschen oldschool neben Untergriesbach ist weit entfernt sind noch 45 Minuten das wäre echt geil also ähm ja da ist eure äh äh Meinung jetzt mit auch gefragt ok kleines Güllefass auch da hat er schon ein bisschen was investiert ähm Güllefass ist jetzt auch nicht mehr so oldschool ähm der kleine Hänger da ist jetzt auch nicht grad ja äh äh für unseren Betrieb reicht das für 10 Küll äh genau Futter-Silos ähm ein Silo hat ja 39.000 oder 32.000 irgendwas ähm wir können grad mal schauen was haben wir denn insgesamt jetzt 93.000 Liter können wir also lagern ja ja das sind ähm drei Hochsilos da eins und da drüben eins gut wir könnten jetzt äh auch sagen wir machen die beiden Bäume da weg da könnten wir dann auch nochmal so drei bis vier ähm Silos platzieren also das wäre jetzt kein Problem ja äh da haben wir jetzt alles gesehen das ja Güllefass Kühe ja haben wir 20 Stück ähm da sind ja schon der Balle hingelegt die sich dann automatisch auflösen wenn äh Futter benötigt wird da drüber haben wir einen Strohballe schon hingelegt der sich dann auch automatisch auflöst ähm mit den Ballen die müssen da raus da komm ich mit dem Schlepper schlecht ran zum die ähm aufspiessen äh die lagern wir irgendwo in einer Halle dass wir sie dann immer wieder da hinlegen können äh dass sie sich dann automatisch auflösen ach da müssen wir grad mal schauen was wir da für Halle haben äh oh einen Schwader haben wir auch schon ok äh ja das ist jetzt da haben wir eigentlich alles und man kann da auch noch reinschauen was haben wir denn da ok also da hätten wir jetzt mal Platz für die Balle zum drin lagern ähm ja das ist die Presse genau da muss ich euch noch was zeigen kurz wenn wir schon dabei sind ähm kurz abhängen ja genau ja genau ah das geht immer so schwer da klemmt der Kugelkopf immer wieder ey da muss man echt mal Fett dran machen da könnt du da kannst du da kannst du bald den Kreuznagel aushängen bis du das Ding entkoppelt hast boah boah das gibt's inte das boah da muss ich nächstes Mal echt fett nah machen ich weiß nicht an was das liegt normal da müsste es doch boah da 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 ich muss jetzt erstmal kurz eine Pause machen da äh rangscht der echte Kreuznagel aus ah die Abkopplerei die war jetzt aber schwere Geburt heieieiei wenn wir echt mal Fett dran machen das ist echt nicht mehr normal und auch schaut der Sound von den Traktoren also halt das ist die falsche Halle äh ich kann es euch echt ans Herz legen spielet öfters mal mit so altere Maschine die macht so was von Spaß ähm gut äh also ich muss es echt sagen ich habe jetzt äh zum das Projekt oder zum das Projekt wo Bayern einrichten habe ich jetzt so zirka sieben bis acht Stunden braucht ähm viele Maschinen gerade die ältere Maschine passt mit der Grobotsamme äh ich wollte an den äh an den Belarus nein an den Ursus wollte ich schon moderner Gruber anhängen aber das sind die äh Schare so lang dass der sich gar nicht ausheben lässt also wenn der aus ausgekippt ist streift der immer noch auf dem Boden und ja da habe ich lange gesucht bis ich den Gruber gefunden habe also das ist jetzt ich sind glaube ich nochmal zwei Gruber dabei aber die gefallen mir von der Textur her nicht so toll die wirklich an die alten Schlepper dran passen also diese steile jetzt echt scheue Herausforderung nun äh Sachen finde die an die Maschine dran passen also ich sage ja ich habe jetzt für das Einrichten von dem Oberbayern habe ich jetzt fast äh ja ich sage ja acht 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 bis neun Stunden habe ich jetzt echt gebraucht also das war jetzt echt boah äh ich zeige euch das da drin ähm brauche ich eigentlich draus fahren ich kann jetzt die Presse genau die fährt jetzt aus die fährt jetzt wenig zu schräg hin und dann kann ich die einschalten und an der Presse sieht man wirklich jeden Arm der das Heu in die Presse reinschiebt zum Zahmendrücken also so genial gemacht also das sind für mich Mods die wirklich mit Herzblut bautbar sind genauso da die ganze die Aufnahme das Pickup und innen die Walze was Heu wieder rein nimmt und da oben sieht man auch die Arme was zusammenpresset und die äh die äh Reiter die werden bestimmt auch Funktion haben wenn es die Balle hinten raus drückt also das ist boah ich bin echt sowas von begeistert von den ganzen Mods was ich jetzt da schon gesehen habe und dann muss ich euch noch was zeige bei dem Ursus das ist mir aufgefallen letztes ich hab letztes Mal ja beim Einrichten genau kurz anheben das Gewicht jetzt müssen wir mal an die Kabine schauen ähm wenn wir mal kurz Gas geben wenn wir genau hinschaut die Kabine die hat äh Kabineförderung habt ihr es gesehen? jetzt habt ihr dasselbe wenn ich zurückfahre sieht man wie sich die Kabine selbstständig bewegt zu der Motorhaube also die Motorhaube oder äh ja der Motor selber die Motorhaube selber die bewegt sich gar nicht und die Kabine bewegt sich hinterher ja hin und die bewegt sich hin und her seht ihr das? also das sind für mich Mods die wirklich mit Herzblut bautbar sind genauso mit dem Fortschritt My Trasher wo man die ganzen Räder am Motor sie bewegen sieht und also ja ich sag ja spielt öfters spielt öfters mit so älteren Maschinen es macht echt einen riesen Spass und ja die Mods haben es echt verdient dass sie einfach mal gespielt werden äh ich kann es nicht mehr wie genug sagen genauso der alte Ladewagen da gibt es mehrere so ältere Ladewagen aber keiner der an den an meine beiden Schlepper dran passt ähm beide haben so eine Aufnahme gehabt vorne dass die Pickup auch im auskippten Zustand immer auf dem Boden war also die hat sich nicht vom Boden wegheben lassen und der hat jetzt eine Pickup die oder halt eine Aufnahme die vorne ein bisschen runter geht ähm also ich kann jetzt mit dem Ladewagen mit beiden Traktoren schaffen äh so dass die Pickup wenn man sie ausgekommen hat nicht auf dem Boden mitstreift und ja da habe ich auch lange gesucht also ich sage ich habe für den Spielstand ca. 8-10 Stunden braucht bis er jetzt eingerichtet war und ja schreibe jetzt mal in die Kommentare ähm soll man das Projekt mitmachen äh das läuft auch unter Untergrießbach ähm Big Farmer 2 aber das läuft dann unter Aushelfen in Oberbayern genau so nenne ich das ähm dass sich das ein bisschen abkoppelt äh ja und mein Ding mein Arbeiter der macht dann in Untergrießbach weiter ähm es wird dann meistens so ein, zwei Folgen von Oberbayern geben wie ich den Betrieb aufbaue und dann fahren wir wieder zurück nach Untergrießbach und machen dort weiter äh ja ich werde mich echt freuen wenn er sagt ja mach das Projekt ähm ist mal eine tolle Aktion dass du von Map zu Map springst oder halt ja von Untergrießbach nach Oberbayern fährst und dort äh und dort äh äh ja ich hab denk das ist jetzt mal ein bisschen Abwechslung ähm ähm für euch aber da möchte ich auch eure Entscheidung allerdings wenn äh wenn es keine Entscheidung gibt dann werde ich wieder das machen was für mich ähm was für mich äh interessant ist oder halt ja was für mich äh in Frage kommt ja so haben wir jetzt mal den Betrieb gesehen ah ja genau Felder, Felder, Felder genau die wollen wir einmal kurz anschauen ähm Felder haben wir 89, 50 50 ist eine Wiese ähm die drei Felder das Feld, das Feld und das Feld gehört uns schon dann haben wir die 6 die 46 die 8 die 85 21 und 1 genau das sind alle Felder die wollen wir hin ja das sind kleinere Schläge ähm die können wir eigentlich ziemlich gut allein bewirtschaften ohne dass wir schon jemand einstellen müssen ich denk mal da kommen wir mit dem 3 Meter Gruber eigentlich ziemlich gut klar äh von der Zeit her äh ähm ähm das war's eigentlich schon mal ja genau ja wir fahren jetzt zurück nach Untergrießbach äh ja dann freu ich mich auf eure Entscheidung was ihr sagt ja macht das Projekt das ist interessant das ist mal ein bisschen Abwechslung oder sagen wir ne vergiss es das bringt nichts den Hof aufbauen ähm das ist eh das bringt kannst du eh aufbauen ich hab einen Betrag von 0 Euro ähm ähm ich müsste sowieso noch Schulden aufnehmen die Schlepper sind alle gewartet ja kein Benzin drin Wartung muss auch gemacht werden das ist eure Entscheidung ähm wie gesagt äh ja es hat mich sehr viel Zeit gekostet das Projekt aber wenn ihr sagt ne vergiss es mach konzentrier dich auf Untergrießbach dann mach ich das wie gesagt das läuft auch unter ähm Big Farmer 2 ähm ähm aus Helfen in Oberbayern ok äh ich freu mich auf eure ähm auf eure Entscheidung mal schauen was dabei rauskommt äh wir fahren jetzt wieder zurück nach Untergrießbach und dann geht es dort weiter ok ja wenn euch das wieder gefallen hat äh das Like nicht vergessen abonniert auch gern meinen Kanal und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao